Hallo, hier ist Camping und Surfliebaba. Ich bin Elisa von Beachinspetter und heute befinde ich mich hier auf Playa Cayotico in der südwestlichen Kust von Teneriffa. Obwohl hier Camping verboten ist, ist genau der Grund, wieso hier die Leute herkommen. Ein bisschen draußen vorne gibt es sehr riesige und große Wellen für alle die Surfliebaba unter euch. Außerdem, hier im Hintergrund, könnt ihr die wunderschöne Klippe von Los Gigantes ersehen.